Ich glaube, ich habe jetzt einen Monat fast, glaube ich, keinen Tag auf mir gezockt. Also ewig lange her. Hey, macht nicht so einen Lärm. Da kommt gleich der ZB 014 Sporn uns entgegen. Na prima, Matze hängt mit seinem fetten Arsch wieder im Brat. Wollt ihr runter? Ja, lass uns mal schnöken. Geht ihr mal runter? Gibt es die Deckenbeute? Ja, ich versuch's. Super. Benji, hast du schon einen ZB 014 Schlüssel? Nee. Was ist denn mit dir los? Die Waffenkiste. Da war uns drin in dem komischen Duffelpack. Drecksladen. Wenn ein Pistolengriff drin ist. Drecksbuder. Kommt mit der Hochbeute. Wo ist der Beute? Hallo. Warte. Komme. 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 Bin ich über den Zaun hingeblieben? Achso, wir müssen ja rüber zu Jägers Lager. Beutel weiß eh nicht, wo das ist. Wir können das auf dem Rückweg machen. Wenn wir jetzt irgendwie looten wollen. Oder? Nö. Achso. Können wir gleich machen. Finger weg. Zu spät. Deine Loot. Hier. Ich hab blaues Tape gefunden. Ich hab beises. Aber kann das sein, dass der PMC schlechtere Stats hat als der. Als der Skeff? Als der Skeff? Also mein PMC ist sofort außer Boosted. Echt? Mit dem Skeff konnte ich vor ein übelst rennen. Aha. Mal kurz zu den Kisten hier. Okay. Das ist ein Lügen. Da muss man Erfahrung sammeln. Stimmt. Du hast recht. Ey. Da rennt was. Ich hör was. Das bleibt nicht gehört. Ne. Ne. Du warst ja nicht Richtung hier. Checkpoint da unten. Ich bin hier im Gras neben euch, ne? Ja. Lass den Matze den machen. Nö. Ich bin nicht mit der M4. Und treffe ich den nicht. Den Hormsohn. Der hat sich auf uns eingeschossen. Sehen. Gut. Okay. Ja. Benji ist ja schon wieder top gemottet mit der Waffe unterwegs. Das Visier ist übelst hässlich. Aber wenigstens siehst du was. Hast du ein Visier? Ich hab hier nur Eierenseit. Mit dieser komischen Cola drumrum. Oh. Noch immer? Nö. Das war nicht auf uns, oder? Einfach laufen. Rennen. Rennt. Rennt um euer Leben. Hund, der wollt ja ewig leben. Das ist schon wieder so neblig, Alter. Ein starker Level. Und Endurance. Genau. Damit wir unsere Enduro fahren können. Das war doch ein kleines Desch, oder? Ja, irgendwo war einer, ja. Zum Felsen. Oh, da war schon einer dran, Benji. Immer. Alter, wie die Ratten, Junge. Die gönnen dir nicht die Butter auf dem Brot. Ich hab keinen Scope. Ich hab Schrotflinte. Was? Ich probier's. Er rennt weg. Er hat sich versteckt. Mist. Ich dachte, ich hatte einen Single Fire drin. Aber das Kläuschen ist schon Level 6, glaube ich, oder? Ja. Hat er wieder heimlich gespielt? Ja, heimlich. Gestern. Ich frage Benji. Aber vielleicht hätte ich Klaus explizit noch ansprechen müssen. Klaus, wenn du auch spielst, sag Bescheid. Was hat er einfach so gemacht. Stille. Vor uns. Ja, siehst du. Einer Minus. Zwei Minus. Super. Ich hab's richtig erwischt. Oh, da hab ich doch meine M4 wieder zurück, die ich vorhin verloren hatte. Der andere war hier oben auf dem Berg, ne? Ja, hier links neben mir ist der. Ich tipp den mal an. Ich tipp den hier mal an. Oh, du hast einen Spieler erwischt. Ja, es waren zwei Spieler. Ja, es waren zwei Spieler. Sind schon ein paar da vorne, ne? Am Durchgang. Ihr könnt die Leichen flattern jetzt hier oben. Da ist zwar nicht mehr viel drin, aber... Guck schon mal rein. Beutel, willst du die M4 mitnehmen? Äh... Ach nö, nimm du nur. Ne, ich hab zwei. Wenn ich schmeiß ich meine weg. Oh, oh. Ist der, der Sniper? Mhm. Ah, okay. Also hier, der hat auch eine M4, ne? Mhm. Meinst du den am Felsen? Ja, ich komm gleich nochmal zurück. Dann mach ich den leer. Ich muss erstmal ein bisschen Zeug von mir wegschmeißen. Kann ich seinen Helm haben? Kannste haben, ja. Ich hab grad keinen auf, weißt du? Guck mal nach. So, okay. Dann zipp ich den hier oben auf den Berg nochmal an. Und jetzt. Überrasch CU should ich hier oben an. Dieseativo wollte ich nicht nicht wünsche. Ich war ja recht so, kurz Klopferze wäre es auf dem Sch Farm. Das Kopfenmusik. Das gut. Ihr bist um auch. Schmerz ja. Du keinen Pfarr können. Ich kwalte einen Etwatber. Motorrad-Helm. So, ich habe gelootet. Da hat man auch noch eine Packer, falls die jemand will. Die armen Tropfer haben mit Full-Auto geschossen. Das ist natürlich nicht zu empfehlen bei der ungemotteten M4. So, ein bisschen rechts jetzt. Runter zum Flugzeug und dann sind wir gleich da. Das ist schon gelootet. Haben wir auch UN-Rollblock? Als Exit? Wahrscheinlich ja. Ja, doch UN-Rollblock, cool. Hier liegt eine Leiche hier vorne. Ja, das ist ein Scaf. Ich habe Matze verloren. Ich höre dich hier hinten. Ich bin im Gebüsch. Ne, das ist eine Spiegel. Da ist noch ein Scaf. Wo? Wohin! 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 Blech! Wartet! Ich hole ihn. Benji, kannst du schon mal zum Flugzeug gehen mit Beute? Hast du ihn? Hast du ihn gekommen? Fasten? Ne. Ich habe zwei, drei Hits mit Schrotty gegeben. Okay. Da ist es hinüber. Sehr gut. So, ich komme zum Flugzeug. Bin schon überladen. Aber... Wo bin ich jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn? Bin dir in ein Loch gefallen? Irgendwie. Guck mal noch kurz, ob hier was rumliegt. Ich bin jetzt am Flugzeug. Jo, wir kommen. Willst du den Stash hier mal anführen? Wir sind ein bisschen links zu dir. Naja, ich hänge hier an der Einflugschneise im Gebüsch. Sag Bescheid, wenn er kommt. Ey, lauft ihr da unten rum? Ach so, an dem Stash. Ah, ich sehe euch zwei. Es wäre ein leichtes, euch zu töten. Ihr habt es noch nicht mal mitgekriegt, dass ein Gegner da ist. Oh, ich habe den Zündkatz. Ui. Ich habe was vom Rauchen. Bist du das mal zu? Ne. Ich kriege ihn nicht. Ich bin im Gebüsch über euch, rechts. Also wenn er zum Sliper fetzt. Auf der Beutel. Auf der Beutel, der hier rumkommt. Na, ich komme zu euch. Auf. Auf, hinten links. Ja. War doch fast frisch. Keine Granaten mit, Leute. Lebst du noch, Benji? Ja, ja. Wo seid ihr? Ich bin da im Gebüsch, wo ihr gerade wart. Okay, ich habe nämlich eine Granate, aber ich kann mich nicht die zu werfen, weil ich nicht genau weiß, wo ihr seid. Der war da oben auf dem Hügel, Benji. Ich schmeiß die da hin. Ah, ich schmeiß die auf dem Hügel hoch. Das war eine M4, ne? Das war eine M4, ne? Ich bin hinter dir, ja. Benji, wir sind jetzt weiter hochgegangen, ne? Wir umlaufen den gerade. Kannst du mal ein bisschen schießen, Benji? Ja. Einfach so in die Luft? Ja. Okay. Hinter uns, Matze, hinter uns. Hebst du noch, Matze? Ja, der eine ist tot. Hier hinter uns ist der. Ja, ich sehe ihn. Oh, ich bin tot. Scheiße. Aber er auch, er ist auch gestorben. Mist. Ach, ärgerlich. Oder warst du das? Nee, ich hoffe, ich habe nicht dich erschossen. Nee, 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 nee. Okay. Was kommt von dir? Drei Kills. Mist. Oh, das wäre so schon ein geiler Raid gewesen. Oh, Mann. Du bist der an Gebüschbeutel, ja? Möchtest du? Ja, das bin ich hier unten. Hm. Matze, sollen wir auch mal safen von dir? Nö, eigentlich nicht. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr die Macs mit rausnehmen. Die bei mir in der Weste sitzen, äh stecken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.